Wir sitzen hier mit Seligsänger Jan Plevka und Astrid will ja Rockstar werden. Ja, das einzige Problem ist, ich kann nicht singen und ich spiele kein Instrument. Was hast du also für einen Ratschlag an meine Kollegin Astrid? Das sind die besten Voraussetzungen. Ja. Also sie hat Chancen. Natürlich. Und ich hab sie weg. Hast du gesagt, ich hab sie weg? Ist du bescheuert? Ich hab sie weg.